Landwirt Praxistipp Bandrächen sind leicht und punkten mit einer guten Bodenanpassung. Aufgrund der geringen Arbeitsbreite ist aber die Schlagkraft sehr begrenzt. Kreiselschwader hingegen ermöglichen hohe Flächenleistungen, sind aber schwer und passen sich dem Gelände nicht so gut an. Hannes Eder und Johann Schweiger aus Tirol haben die Vorteile beider Systeme in einem Doppelbandrächen vereint. Wir haben uns die selbstgebaute Maschine im Einsatz angesehen. Das Angebot an Schwadern ist groß, ja geradezu unüberschaubar. Warum haben die beiden Landwirte trotzdem selbst Hand angelegt? Wir haben dieses Problem gehabt, dass es einfach mit einem Bandrächen schon ganz langsam ist. Da haben wir uns überlegt, was wir da da konnten, dass es schneller ist. Dann haben wir auch ein wenig geschockt und ja, für das extreme Berggelände gibt es eigentlich da nichts richtiges. Und dann haben wir uns gedacht, ja dann bauen wir halt selber was. Zuerst wollten wir es drei Punkte machen auf dem Traktoraufi, aber dann haben wir gleich gesehen, dass das zu schwer ist. Und dann haben wir gesagt, ja dann machen wir es halt auch zu hoch auf dem Stallaufi, weil nachher können sie es mit einem kleinen Traktor aufziehen. Ja und dann haben wir es durchgefangen und so hat sich das dann eigentlich auch gegeben. Die beiden Bandrächen sind über Hubarme mit dem Rahmen verbunden und werden hydraulisch angetrieben. Das Öl liefert eine zapfwellenbetriebene Hydraulikpumpe. Die Maschine erreicht eine Arbeitsbreite von 5,5 Metern. Jeder Bandrächen wird von drei Tasträdern über dem Boden geführt. Zwei Entlastungsfedern vermindern den Auflagedruck. Das breite Fahrwerk hält das Gespann auch in Hanglagen sicher auf Kurs. Die Räder lassen sich in engen Kurven hydraulisch lenken. Die Maschine kann sowohl Mittel- als auch Seitenschwade formen. Damit können die Landwirte flexibel auf unterschiedliche Futtermengen reagieren. Der Umbau dauert etwa 10 Minuten. Dazu wird das Fahrwerk bis ans Ende des Rahmens geschoben, dann der linke Bandrächen samt Anbaubock nach hinten gedreht. Fertig ist der Seitenschwader. Weil die beiden Bandrächen überlappen, ist die Arbeitsbreite jetzt natürlich geringer. Dafür kann man beliebig große Schwade formen. Am Vorgewende werden die Arme angehoben. Ein mechanischer Anschlag begrenzt den Weg. Bodenanpassung und Flächenleistung können sich sehen lassen. Der Lindner 1750 kommt mit der 1.400 kg schweren Maschine gut zurecht. Die beiden Bandrächen waren bereits auf den Betrieben vorhanden. Bei Bedarf kann man sie jederzeit wieder abnehmen und einzeln einsetzen. Für das zusätzliche Material haben die Bastler nach eigenen Angaben rund 4.000 Euro investiert. Für den Straßentransport werden die Ausleger ganz nach oben geklappt. Im Winter wollen Johann Schweiger und Hannes Eder den nächsten Doppelbandrächen bauen, dann aber mit Zwangslenkung, elektrischer Bedienung und hydraulischer Schwadbreitenverstellung. Wir sind gespannt, wie sie ihr Vorhaben in Stahl und Eisen umsetzen und ob das System schon bald nachahmer findet. Einen ausführlichen Bericht über den Tiroler Doppelbandrächen gibt's in der Landwirtausgabe 22.2015. Weitere Videos über selbstgebaute Maschinen findet ihr auf landwirt.com und auf YouTube. Wenn ihr keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert jetzt unseren Kanal. Bis zum nächsten Mal.